Faust, im Anfang war das Wort, wie meinst du dich? Nun, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich bin zu alt, um nur zu spielen. Wir gehen eben fort. Jetzt jagen die beiden los in die Hexenküche. Die hohe Kraft der Wissenschaft, der ganzen Welt, verborgen genug. Also, Marie tritt auf, von links. Er liebt mich. Parriere den! Und das Gretchen ist völlig im Stich gelassen. Ich werde so lange hier sitzen bleiben, bis endlich der Faust gespielt wird. Und nicht im Ballett oder in der Oper, sondern das originale Sprechtheater von Goethe. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.